Die Stammtischbrüder Paul und Schorsch haben ihren Führerschein verloren und müssen jetzt beide zum Idiotentest. Als erstes geht der Paul rein. Nach fünf Minuten kommt er wieder raus, hat ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Sagt der Schorsch, und war's schwer? Sagt der Paul, nee, war nicht schwer. Die haben mich nach dem Unterschied zwischen Fisch und Vogel gefragt. Und da hab ich gesagt, na der Fisch kann schwimmen und der Vogel kann fliegen. Und das war richtig und da hab ich meinen Schein zurück. Dann geht der Schorsch rein. Nach fünf Minuten kommt er enttäuscht wieder raus. Fragt der Paul, oh, was ist denn passiert? Sagt der Schorsch. Aber weißt du, die haben mich nach dem Unterschied zwischen Hirsch und Adler gefragt. Und da hab ich gesagt, na der Hirsch hat am Montag Ruhetag und der Adler am Mittwoch.